Welche Gemeinden und Regionen setzen sich ganz besonders für die Erzeugung von Sonnenenergie ein? Die Energie- und Umweltagentur des Landes stellt mit der Photovoltaik-Liga Vorzeigeprojekte vor den Vorhang. So geschehen gestern Abend in St. Pölten. Ausgezeichnet wurden jene Gemeinden mit dem höchsten Zuwachs an Photovoltaik-Leistung pro Einwohner. Landesmeister ist die Marktgemeinde Golling an der Erlauf im Bezirk Melk geworden. Das Land Niederösterreich will bis 2030 die Stromproduktion aus der Photovoltaik verzehnfachen. Die Gemeinden spielen eine wichtige Rolle bei der Umsetzung von klimaschutzpolitischen Maßnahmen, wurde gestern Abend betont.